Hallo, was ihr soeben gehört habt, war der Hyper-Gravity-Kompressor von der Firma TC ein Pedal, das die besten Qualitäten aus Tradition und Moderne sozusagen vereint, denn ihr habt hier drei verschiedene Modi zur Auswahl. Das obere ist der Spectra Mode. Im Spectra Mode habt ihr einen Multiband-Kompressor in Studio-Qualität, das heißt ein Kompressor, der an verschiedenen Frequenzbändern unterschiedlich stark greift. Der klingt sehr klar und ist auch sehr musikalisch sozusagen. In der mittleren Stellung haben wir die Tone-Print-Funktion, das heißt hier können wir via USB entweder das Gerät an unseren Rechner anschließen und sozusagen interne Neuprogrammierung des Geräts vornehmen oder aber auch via Smartphone können wir durch den Pick-up unserer Gitarre verschiedene Tone-Prints auf das Gerät laden. Im Vintage-Modus erinnert das Gerät an alte Kompressor-Pedale, klingt etwas dunkler und hat keine Multiband-Funktion. Das Gerät ist regelbar in Sustain, Level, Attack und Blend, wobei sich hinter dem Regler Blend letztendlich der Begriff Parallelkompression verbirgt. Das heißt wir können zum komprimierten Signal, Original-Signal beimischen und einen verschiedenen Anteil zwischen diesen beiden Signalen einstellen. Das Gerät ist selbstverständlich in einer True-Bypass-Ausführung, allerdings auch mit Buffered-Mode oder Kill-Dry-Mode ausführbar. Wie ungeheuer vielseitig das Gerät klingt, könnt ihr in den nächsten drei Clips noch hören. Viel Spaß dabei! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018